Herzlich Willkommen zu einem neuen Altcoin Update Video. Heute schauen wir uns Uniswap etwas genauer an, wurde sich auch sehr sehr oft gewünscht für euch und ich verstehe auch ehrlich gesagt warum. Werden wir uns jetzt alles im heutigen Update Video ein bisschen genauer anschauen, wo mögliche Einstiegskurse drin sind, ob ich mittlerweile eine Position gekauft habe und wie tief es möglicherweise noch gehen kann. Und das ganz ganz Wichtigste natürlich, wo kann es im Bullrun hingehen? All das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update Video anschauen, deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr das nicht gemacht habt und wenn ihr Bock habt, gerne in die Kosten unserer Telegram Talk und Signal Gruppe reinschauen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein, die Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr Uniswap kaufen, staken oder sonstiges machen wollt, könnt ihr das alles bei meiner Partner Exchange BingX machen, dort unterstützt ihr euch auch noch mich, wenn ihr euch mit dem Link unten in der Videobeschreibung dann auch noch anmeldet. So, jetzt verlieren wir aber keine Zeit. Uniswap sollte jedem ein Begriff sein. Wir haben eine Market Cap von 4,6 Milliarden, also wir sprechen hier nicht von einem Low Cap, wir sprechen hier von einem etablierten Altcoin mittlerweile, der bei 7,72 Dollar momentan rumhangelt. Wir hatten unser Tief nochmal vor einiger Zeit, hier Anfang August, den August crash, an den sich jeder erinnern kann, bei 4,65 Dollar hatten wir unseren Tiefpunkt. Seitdem ging es wieder deutlich nach oben und zuletzt aber auch wieder so eine kleine Gegenkorrektur. An sich ist aber der Aufwärtstrend momentan in Gange, wir haben noch keine Altcoin Season, deswegen muss man hier natürlich weiterhin sehr, sehr vorsichtig sein. Auf dem 4 Stunden Time Frame, solange wir diesen Abtrend halten, sieht es relativ gut aus und dann wäre aber wie gesagt auch nochmal ein Dump in Richtung 6,20 Dollar bis ungefähr 6 Dollar möglich. Und da würde ich dann sogar die ersten kleinen, kleineren Einstiege von 25 Prozent sehen. Wem das zu spät ist oder wer da noch gar nicht drin ist, kann das natürlich auch im jetzigen Preisbereich machen. Jetzt kommen wir aber mal zum Daily Time Frame und der ist nochmal deutlich, deutlich interessanter. Da hatten wir unser Bärenmarkt tief hier unten bei 3,75 Dollar bis ca. 3,32 Dollar. Das waren auch die Tiefstände, wo ich damals schon oder im letzten, vorletzten Jahr darüber gecallt habe, dass das mögliche Einstiege wären. Da sind wir da noch einmal reingekommen, einmal haben wir es kurz verpasst. Ich würde die Linie nochmal ein bisschen höher ziehen zu unserem letzten Tief bei knapp 3,90 Dollar. Das wäre auch immer noch eine entscheidende Möglichkeit und hier unten auch wie gesagt 50 Prozent ca. dann, um nochmal eine Position nachzukaufen. Ansonsten würde ich hier nochmal ein Update geben. Aber sollte ich, wie ich bei Bitcoin ja immer noch davon ausgehe, dass wir da immer noch in Richtung 48.000 US-Dollar gehen könnten, wichtig, Betonung liegt auf könnten, wäre das hier unten auf jeden Fall mein Worst-Case-Szenario, dass wir hier auf jeden Fall nochmal diese Preismarke hier unten sehen und erst dann einen wirklich nachhaltigen Bullrun hier im Altcoin-Sector und auch bei Uniswap dann sehr, sehr wahrscheinlich sehen. Wir gucken uns mal ganz kurz die Widerstände nach oben hin, nach dem jetzigen Stand. Wir hatten auch hier eine Rally im April bzw. Ende oder Anfang März in Richtung 17 Dollar. Allein vom jetzigen Ausstiegspunkt wären es schon knapp 150 Prozent, die hier möglich wären. Denn da sehen wir dann, wenn wir das FIP von unserem Hoch zu unserem Tief ziehen, dass die nächsten Widerstände hier bei 12 bis knapp 13 US-Dollar liegen würden. Da würde ich dann wahrscheinlich auch wieder leichte Profite nehmen, sollten wir diese Einstiege hier unten auf jeden Fall kriegen. Ansonsten, Bullrun-Ziele ist schwierig. Man sagt ja immer, vor allem Altcoins erreichen meistens nicht mehr ihr All-Time-High, was sie im letzten Bullrun erreicht haben. Deswegen habe ich jetzt hier mal auf Daily-Sicht unser FIP von unseren 45 Dollar, also unserem All-Time-High, bis zu unserem Tief bei 3,35 Dollar gelegt. Und da seht ihr das Golden Pocket. Das wäre für mich hier oben wirklich so das erste Maximalziel. Also vom jetzigen Stand aus wären wir hier bei einem 4X absolut zufrieden, wenn wir da hochkommen würden Richtung 29 bis 30 Dollar. Sollten wir da einen Rücksetzer kriegen und das 0,5er sogar noch bereithalten könnten, also da Stabilisierung sehen, könnte es auch nochmal höher gehen. Aber dadurch, dass ich immer bei Altcoins ein bisschen pessimistischer bin, vor allem wenn die schon Bullrun hinter sich haben, wäre ich hier immer sehr, sehr vorsichtig, was über bullische Ziele hier ausgeht. Außerdem brauchen wir genug Volumen im Markt. Wir brauchen frisches Kapital und eine richtige Altcoin-Season. Gerne mal unten jetzt in die Kommentare reinschreiben, was ihr von Uniswap haltet. Habt ihr es im Portfolio? Also ich ganz ehrlich nicht, ich würde dann wirklich oder nach jetzigem Stand hier unten die 3,90 Dollar circa abwarten, wo ich hier einsteigen würde, weil mein Altcoin-Portfolio sowieso schon voll ist. Aber schreibt gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare und was sind eure Preisziele für den Bullrun. Bin ich echt mal gespannt. Ich würde sagen, wir hören uns morgen wieder zu einem natürlich Bitcoin-Update-Video und natürlich auch einem neuen Altcoin-Update-Video. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe join und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer. Stay cool.